Ich stehe ja persönlich total auf Glückskekse, Fortune Cookies und jetzt bin ich nachgeregt, stehen die Dancing Stars auch drauf. Sind sie abergläubisch, zum Beispiel Tini, Manfred, Glückskeks. Okay, passt. Anders glaube ich nehme ich wirklich Glückskekse, Glückskekse, ja. Das ist für mich. Ich nehme das das. Er freut sich wie ein kleines Kind. Das sind sogenannte Glücksbröseln. Also wirklich wunderschön, wie du dein Hemd offen trägst, hier. Hilfe, du kriegst nicht mich aber einen Glückskeks. Das kannst nie lesen so. Es gibt einen Dancing Star, einen Profi, der kommt zu mir, ohne dass ich zu ihm hingehen muss. Er steht schon hinter mir. Hey, muss ich jetzt den eben, der überbleibt oder was? Zack, was ist es? Ich kann es lesen, nicht ganz. Mit Ihren Argumenten sind sie unschlagbar. Ja, das taugt mir wieder. Das wird wieder eine gute Trainingswoche. Nein. Gut luck for the future. Ihnen bleibt auch in Zukunft das Glück treu. Okay. Der Wille des Volkes ist das beste Gesetz. Ja, der Wille des Volkes. Sie müssen anrufen. Das stimmt, der Wille des Volkes ist. Ruf mich an. Nein, nicht mich. Ruf für mich an. Ruf mich an. Ruf mich an. Ruf mich an. Dann komme ich ja im richtigen Moment. Ruf mich an. Alles, was du im Moment tust, bringt dir Gewinn. Ihr Kopf. Ihr Kopf ist voll neuer Ideen. Setzen Sie diese ein. Ändern Sie die Choreografie permanent. Ist voll neuer Idee. Na ja, da habe ich ein Glückskeksi gebraucht. Na lieber. Aber jetzt zerbeiß ich es. Wenn ich so meinen Einstück mit beiden hohe Geschnappen mache ich mal baff. Bist du ein Stück? Gerne. Ah, dann habe ich ja das Glück für die Zukunft. Nein, aber den Zettel behalte ich ja. Ah, okay. Wenn ich den Zettel behalte und du den Geeks isst, schenke ich dir ein bisschen was von meinem Glück an dich. Juhu.